Guten Morgen, guckt mal wie schön, da ist unsere Sina und die Elsa, unsere Katze Sina und der Hund Elsa, heute ist der siebte, und die Elsa hat schon getrunken, die ist hier am Samstag am fünften operiert worden, dann, wir werden mal am Freitag, den vierten, Samstag ist der fünfte, Quatsch, jetzt komme ich ganz durcheinander, gestern war Samstag der sechste, am Freitag, den fünften, ist die operiert worden, aber sieht schon ganz gut aus, lass mal gucken, ja, jetzt, ne, die hat gerade schon schön getrunken, haben uns so viel Sorge gemacht, gleich gibt es wieder ein bisschen Antibiotika und dann das Schmerzmittel, ne, ja, Fütterschen steht ja hier auch ein bisschen, und da, trinken ist ja ganz wichtig, und die Sina kümmert sich ja super, unser Kätzchen unten um unsere Elsa, ne, die merkt ja genau, dass sie krank ist, da soll man mal sagen, Hunde sind nicht, äh, Katzen sind nicht auch feinfühlig, oder wie Hund in Katzen, dass sie sich nicht verstehen, sagt man, das ist damit gemeint, ganz im Gegenteil, unsere verstehen sich hier super, ne, und wir sind froh, dass wir, dass wir dem Hund geholfen haben, auch wenn es eine sehr, naja, heutzutage ist das nicht lustig, wir können, oder ich kann nur jedem dazu raten, ähm, ja, wie sagt man, soll ich mal sagen, ja, ich kann nur jedem dazu raten, warte mal, ihr seht mich jetzt manchmal andersrum, jedem dazu raten, wirklich eine Versicherung abzuschließen, ähm, ja, eine Versicherung abzuschließen, jetzt erschreckt euch nicht, weil ich, so, ja, eine Versicherung abzuschließen, weil, das kostet eure Kohle, ne, ich will euch jetzt nichts genaueres erzählen, doch, kann ich euch erzählen, ne, ne, fehlt nicht allzu viel, da sind wir bald an 2000 Euro schon dran, da werden wir noch hinkommen, weil, es gibt ja noch Nachuntersuchungen, Nachbehandlungen, und so weiter, und, ähm, ja, das wird, ist vierstellig, und es wird über 2000 Euro kommen, denke ich mal, auf jeden Fall, und dann hoffen wir, dass wir dann gut sind, das ist der Hund aber auch wert, und, äh, ja, aber, ohne Scherz, wir waren bis jetzt schon aufgerundet, ich weiß nicht, warte mal, 1750 Euro, und da sind wir noch nicht fertig, aber egal, wir haben das Tier zwölf Jahre bis jetzt, und das ist bei so einem Tier, finde ich, schuldig, wir wollen uns auch noch nicht, äh, man will ja auch nicht, dass man uns verrecken oder sterben lässt, wir haben dafür, wenn, hier in Deutschland, bei uns eine Krankenversicherung, darum ist ja auch Deutschland unter anderem so wahnsinnig beliebt, auf der ganzen Welt, ja, und, ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich bin im Moment diesbezüglich überglücklich, ähm, dass wir, ähm, so, hab nochmal gewechselt, dass wir diesen Schritt gegangen sind, mal gucken, was wir dazu sagen, den Kopf auf eine Katze gelegt, ist das nicht, ist das nicht wahnsinnig, ja, okay, also, äh, ich weiß, ich will nicht nur Hunde- oder Tiervideos drehen, aber das beschäftigt uns oder mich halt sehr stark zur Zeit, äh, was mit unserem Hund los ist, der andere ist ja schon letztes Jahr verstorben, hab ich ja schon gesagt, äh, das andere Tier ist schon letztes Jahr verstorben, und darum, ähm, ja, ist halt so, ne, ja, okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag erstmal, eure Sieglinien ist sorglos, und seid nicht böse, weil ich im Moment hier zu viel von unserem Hund hier erzähle, obwohl er gehört halt zum Leben, und der ist halt im Moment sehr schlecht, und dann geht es uns auch schlecht, wenn es unseren Tieren schlecht geht, ja, also tschüss, und habt noch einen schönen Tag, eure Sieglinien ist sorglos, ja, tschüss. undamenten Tieren und dann geht es uns auch gut hinzu, Vielen Dank.